Hallo meine neue Folge Duke Nukem 3D Wir sind im dritten und letzten Level angelandet von diesem Kapitel Groovy Hey So Händabdrücken? Nein, Scheiße. Da liegen die Arme vom anderen. Ich kann aber jetzt Gesundheit noch mitnehmen. Wenn das Geheimnis ist, finde ich es wieder nicht. Ich habe sie zuerst gegeben. Dann habe ich die Rohrbombe aufgenommen. Das wäre ein Kleider gewesen. Ich bin so ein Schmang. Ich habe die Zufang hier. Ich habe die Zufang hier. Ja, ein Stück von K. Oh, Spankli! Spankli! Oh, oh ja! Oh, ich habe eine Party. Ich wünsche mir ich Zeit. Shake it, Baby! Shake it, Baby! God, you're pathetic! You wouldn't shoot a lady, would you? Nein. Ja, die vielleicht schon, Tini. Da ist doch sicher etwas versteckt. Muss doch sein, oder? Ich hoffe, du musst es wegballern. Da kannst du aufbauen. Schöne. Ich hoffe, du musst es wegballern. Da kann ich uns sparen, bitte. Mhm, mhm! Hail to the King, Baby! Hey! Ich habe gerade die Stänze sehr hin mit. Und ein Cardone drauf. Mhm. Mhm! 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 Das ist jetzt noch ein Wichter. Das ist jetzt noch ein Wichter. Was ist jetzt noch ein Wichter? Ja, das ist noch ein Wichter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das FACE, Hörby? Woh, woh, woh... And I'll just... Suck it down, man. So do... Suck it down, man. Suck it down, man. Uh, uh. Uh, uh. Where is it? Uh, uh. Uh, uh. Uh. Jetzt kommen wir in die Kabuk, mal wieder umruhen. Das ist die Steigen. Ich finde es nett. Irgendwie müsste etwas sein hier. Komisch ist da. Ich finde es gut. Ich finde es gut. Und dann muss ich den Ball wegkommen. Jetzt ist es ein Schopfer gelobt. Ok, das liegt doch nicht von dieser Kiste aus. Ich kann es nicht nur aufrufen. 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 Bis zum nächsten Mal.